Deutschland war ein Stück Kongress-Europa, mit dem Unterschied, dass hier das metternichtsche System ungleich länger dauerte. Das österreich-englische Einvernehmen bestand schon seit den frühen 1820er Jahre nicht mehr. Das österreichisch-russische scheiterte an dem Konflikt um die griechische Unabhängigkeit, um nur gelegentlich wieder aufzuleben. Preußen und Österreich fanden unter sich mehr Verbindendes als Trennendes bis in die 40er Jahre und darüber hinaus. Der Rahmen ihrer gemeinsamen Existenz war der Deutsche Bund, der bis 1866 existierte. Er war ein Kongress-Europa im Kleineren, von derselben Macht Österreich geführt, vom gleichen Geist regiert und leider ebenso unfruchtbar. Auch er, insofern er überhaupt etwas tat, tat es im Negativen, in der Verteidigung. Gegen die neuen Ideen wurden hoffnungsarme Feldzüge unternommen. Die Gegenstände, die der Zeit am Herzen lagen, wurden nicht angepackt, nicht von Bundeswegen. Die Bestimmungen der Bundesakte, welche gesamtdeutsche Schöpfungen auf dem Gebiete des Rechts, der Wirtschaft, des Verteidigungswesens immerhin ermöglicht hätten, blieben unbenutzt. So entsprach es dem Geist der Metternich-Ära. So wohl auch der Bundesverfassung, deren Stimmsystem es auf eine Lähmung der Beschlussfähigkeit abgesehen zu haben schien. Die Frage, was ein Bund souveräner Staaten allenfalls zu leisten vermag, hat bis heute keine positive Antwort erhalten. Leistet er Großes, so werden seine Mitglieder bald in der Wirklichkeit aufhören, souverän zu sein, wie es bei den amerikanischen Staaten der Fall war. Die deutschen Staaten blieben auf ihre Souveränität emsig bedacht. Der Bund, den sie bildeten, erwies sich geeignet allenfalls als Wächter, als Verhinderer, nicht als Beweger. Das hieß, er erwies sich als geschichtlich ungeeignet. Denn Bewegung, das ist Geschichte wohl. Was die Bewegung nicht übernehmen kann, was auseinanderfällt, wenn Bewegung stattfindet, lebt nicht. Wenn man trotzdem später mit einer gewissen Wehmut auf die Zeiten des Deutschen Bundes zurückblickte, so darum, weil es vergleichsweise harmlose, sturmfreie Zeiten waren. Beinahe 50 Jahre lang hat Deutschland damals keine ernsthaften Kriege geführt. Ein seltener Segen. Der Geist der Zeit war unkriegerisch. Und nur der Geist der Zeit produzierte die Gegensätze, die dann angeblich den Krieg unvermeidlich machen. Wie im Ernstfall die aus Staatenkontingenten bestehende Bundesarmee sich bewährt haben würde, darüber wäre es müßig zu spekulieren. Das alte Reich war plötzlich in drei Gebiete zerfallen. Österreich, Preußen und das eigentliche Reich. Vom Bund galt unvermeidlich dasselbe. Wieder müsste man im eigentlichen Bund unterscheiden zwischen den drei süddeutschen Staaten, die seit 1818-19 sich rühmen konnten, Verfassungsstaaten zu sein, Mitteldeutschland und Sachsen, Hannover, den norddeutschen Kleinstaaten. Tief waren die Unterschiede innerhalb jeder Gruppe. Zwischen dem modern aufstrebenden, Kontakt mit England suchenden Hamburg und dem mittelalterlich ständischen, erzkonservativen Mecklenburg. Zwischen dem über den Rhein nach Frankreich schauenden, politisch lebendigen Baden und dem scheinkonstitutionellen, kulturgastlichen, aber von Fragen der Macht nur wenig bewegten Bayern. Noch immer war Deutschland ohne Zentrum. Noch immer bot es ein Bild bunten, vielgestalten Lebens. Wann Österreich aufhörte als einfach Deutsch zu gelten, dafür lässt ein bestimmtes Ja sich nicht angeben. Die Gattin des Ministers Humboldt schrieb schon 1815, Österreich ist so verschiedenartig und heterogen in seinen Kräften gemischt, in den Nationalitäten, aus denen es besteht, dass ich alles wetten möchte, dass es noch in diesem Jahrhundert aufhören wird, eine deutsche Macht zu sein. Die nationale Deutschheit ist offenbar noch im Wachsen und damit hält Österreich nicht Schritt. Den Geist der Zeiten anzuhalten, dazu ist offenbar keine Macht stark genug. 30 Jahre später unterschied Österreichs edelster Dichter Franz Grillparzer schärfstens zwischen Deutschland und Österreich. Er habe, bekannte er stolz, nie im Auslande veröffentlicht, nie in deutschen Journalen geschrieben, womit er seine Heimat als ein in sich geschlossenes Ganzes dem übrigen Deutschland gegenübertreten ließ. Nicht alle waren so habsburgisch gesinnt, so fremd der Forderung des Nationalstaates wie Grillparzer. Nicht allen gelang die Trennung von Deutschland so leicht und selbstverständlich. Metternich selber hielt die Monarchie für ein vorwiegend deutsches Staatswesen, ohne großen Wert darauf zu legen. Deutsch die Hauptstadt, Deutsch die Dynastie, deutsch sprechend auch die Armee, die hohe Bürokratie. Gleichzeitig förderte er die kulturellen Bestrebungen der Tschechen und Kroaten, die Pflege ihrer Sprachen. Ein Eigenleben der alten Provinzen des Reiches hätte er, des Gleichgewichts halber, gern gesehen. Ungarn ging für sich, ein Reich für sich. Eigentum einer einheimischen Aristokratie, den Deutschen, den europäischen Dingen, fern. Hohe Mauern trennten das danubische Kaiserreich von dem übrigen Deutschland. Zollmauern, eine Zensur von Büchern und Zeitschriften, die wenig durchließ. Keine politische Publizistik hier, außer jener, welche die Regierung veranlasste und die von kultivierten Fremden mit Talent ausgeübt wurde. Kein aufgeregtes geistiges Leben. Man möchte sagen, keine Öffentlichkeit. Die Polizei allmächtig und allwissend, die Universitäten als Schulen zur Ausbildung von Staatsdienern geplant, die katholische Kirche dem Staat unterworfen. Keine konstitutionelle Beschränkung der monarchischen Macht. Hier tat man oder versuchte man zu tun, als sei die französische Revolution nicht gewesen. An der Spitze der Pyramide der Kaiser Franz I., ein hart arbeitender Ehrenmann, so wie er sich selber sah, und nicht ohne geduldige Staatsschlauheit, aber kalt, geistlos, hartherzig und das Wohl der Untertanen mit der Größe seines Hauses bedenkenlos identifizierend, nicht von einem Hauch der modernen Ideen berührt. Ich brauche keine Gelehrten, sondern gehorsame Untertanen, redete er die Professoren der Grazer Hochschule an. Wer nicht mit mir übereinstimmt, der mag sich einen anderen Brotherrn suchen. Dann die zahlreiche Familie des Kaisers mit ihren Sinekuren, Vizekönigtümern, italienischen Thronen, der hohe Adel, international oder interösterreichisch, nämlich deutsch, tschechisch, ungarisch, italienisch, belgisch, spanisch, doch immer und vor allem österreichisch. Reich, lebenslustig, urban. Die hohe Bürokratie, der Klerus, die provinziellen Honorationen, dann das Volk. Die Musik, Blüte, Oper, Ballett, Zauberstück. Demnächst, aber das war schon ein Zeichen beginnender Unruhe, das Lustspiel. Dies Österreich war ein herrlich, schönes, weites Land und obwohl der Staat beständig mit Geldschwierigkeiten kämpfte, war das Land nicht arm. Aber es war kein aktives Gemeinwesen, kein Staat in dem Sinn, den das Wort in den letzten 50 Jahren angenommen hatte. Es hatte kaum Anteil am geistigen Leben Westeuropas. Börne, der Frankfurter Literat, nannte es das China-Europas, womit er auf seine Abgetrenntheit, Bewegungslosigkeit, Geschichtslosigkeit anspielte. Konnte es immer so gehen? Konnte man so im 19. Jahrhundert europäische Völker regieren und mit diesem Österreich, den Deutschen Bund? Ein Franzose schrieb in den 30er Jahren, das 19. Jahrhundert wird für die österreichische Monarchie tödlich sein. Ebenso wenig kann man genau sagen, wann vereinzelten Voraussehern, Wollenden oder Fürchtenden zuerst der Gedanke kam, Preußen könnte am Ende der Einiger Deutschlands werden. Im 18. Jahrhundert wäre es eine lächerliche Vorstellung gewesen. Da war Preußen der Störenfried, der Sprenger der Reichseinheit. So in der späten Zeit der Revolution. Damals, wie wir sahen, ging Preußen selbstische Wege, während Österreich nicht aufhörte, sich zu schlagen, für sich selber und für das Reich und trotz aller Niederlagen eine erstaunliche Widerstandskraft bewies. Während der Reformjahre schien dann zum ersten Mal ein über die bloße Teilmacht hinausgehender nationaler und humaner Geist in Preußen die Oberhand zu gewinnen. Dass man in Preußen Deutscher sei als in Österreich, fiel auch dem Freihand vom Stein nicht ein. Der hoffte noch, die beiden würden sich in die Führung des Gesamtvaterlandes teilen. Nationaler, besser und zukünftiger als in Österreich, düngte man sich zum ersten Mal während des Befreiungskrieges im preußischen Hauptquartier. Auf dem Wiener Kongress warnten erfahrene Diplomaten vor Preußen. Tailleron, auch Gens, es sei im Begriff ein Bündnis mit den Nationalisten oder Teutomanen zu schließen und habe den Ehrgeiz, sich ganz Deutschland zu unterwerfen. Hiergegen sahen die neuen Landverteilungen nichts vor. Sie zogen Preußen tief nach Westen und Süden, gaben ihm den Rhein, den Fluss, mit dem es nun einen wunderlich heidnischen Kult zu treiben anfing. Dann wurde es ruhig. Die Reformer verschwanden, der alte preußische Adel drang wieder vor im Staat. Eng war das Einvernehmen zwischen Metternich und dem preußischen König. Trotzdem war, selbst während dieser Friedensjahre, die preußische Zollpolitik bewusst auf eine wirtschaftliche Beherrschung Deutschlands ausgerichtet. Dass Preußens Probleme lösbar seien, Österreichs eigentlich nicht, dass er der straffer und besser regierte, der modernere, aktivere, Staat sei ein Klein-Deutschland, Österreich aber nur ein Klein-Europa. So viel sahen nachdenkliche Leute in den Zwanzigerjahren und daraus ergab sich beinahe alles. Seit 1830 mehrten sich die Prophezeiungen. Preußen werde Österreich aus dem Deutschen Verband hinaus drängen und die Nation einigen, sei es mit gütlichen Mitteln, sei es mit Gewalt. Das war nicht das bewusste Ziel der preußischen Staatsführung. Man wird aber auch nicht sagen können, dass die späteren Ereignisse und Taten überraschende, widernatürliche Improvisationen gewesen seien. Die Möglichkeiten verdichteten sich langsam. Man rätselte über die Gestalten, die am äußersten Horizont allmählich sichtbar wurden, vermutete dies und das und manchmal auch das Richtige. In Österreich war die Problematik des modernen Staates von Amts wegen unbekannt. In Preußen wurde sie nicht bestritten, hier wehte ein kräftigerer Wind, hier, vor allem in den neu erworbenen westlichen Provinzen, gab es unruhige Geister. Mehrfach, fünfmal wie man bitter errechnete, hatte der Monarch versprochen, seine Regierung auf das Mitspracherecht einer Volksrepräsentation zu gründen. Das Versprechen wurde weder gehalten noch zurückgezogen, wodurch ein Gefühl des Provisorischen entstand. Ständische Vertretungen gab es in den Provinzen, aber unkräftiger Art, überwiegend aristokratisch, geeignet, um politische Forderungen wach zu halten, nicht um sie zu erfüllen. Die Berliner Hochschule stand als Springquell und Zentrum geistiger Anregungen hoch über der Wiener. Und wenn auch der große Philosophie-Professor Hegel sein Fach jetzt ganz auf den Staat, so wie er war, stellte und gehorsam lehrte, so waren Bewegung und Unruhe doch seinem ungeheuren Denkanspruch inhärent. Daneben gab es die Universitäten von Königsberg, Breslau und demnächst Bonn. Akademische Lehrer hochfliegend schroffen Geistes wie Ernst Moritz Arndt, gewaltige Publizisten wie Josef Görres. König Friedrich Wilhelm III., eine norddeutsche Spielart des Habsburgers, hielt es ganz mit Metternich und mit seinem Schwiegersohn, dem Hort der Reaktion, dem Despoten aller Despoten, Großfürst, dann Zar, Nikolaus von Russland. Hier aber, in Preußen so zu tun, als sei die französische Revolution nicht gewesen, hier Geschichts- und Bewegungslosigkeit zu spielen, war schwieriger als in Österreich. Folglich wurde die Unterdrückung gehässiger, sowohl wie vergeblicher. Im Deutschen Bunde machten die beiden Großmächte gemeinsame Sache, unabdingbare Voraussetzungen für seinen Erfolg und für seine bare Existenz. Sie fanden sich in der Verneinung. Der Kampf galt dem Liberalismus des süddeutschen Verfassungslebens, neu, künstlich und harmlos, wie es war. Er galt, ernsthafter, dem allgemeinen Geist der Unruhe, der Neuerungssucht, den Demagogen. Das ist das eigentliche politische Thema der Jahre um 1820. Und man muss gestehen, dass es eine tatenarme Epoche war, in welcher die Staatsmänner sich die Verfolgung romantischer Studenten, braver, wenn auch nicht sehr denkscharfer Jungen, zur vornehmsten Aufgabe erwählten. Was Metternich und seine Bundesgenossen den Deutschen boten, war Ruhe und Ordnung, das altgewohnte, gewöhnliche, geschichtslose. Es war so lange donnernde Geschichte gewesen, jetzt sollte eine Zeit keine sein, und der Einzelne nichts anderes mit den Gesetzen zu tun haben, als ihnen zu gehorchen. Der wirtschaftliche Existenzkampf sollte seine Sache sein, Das übrige werde ein Kongress von Diplomaten in Frankfurt, würden Fürsten und Minister, Hofräte und Polizeipräsidenten in aller Diskretion besorgen. Den jungen Leuten, die aus dem Krieg heimkamen, gefiel das nicht. Begeistert durch das gemeinsame Erlebnis, durch Texte und Lieder der Freiheitsdichter, schönen darunter, hatten sie es anders erwartet. Sie konnten wohl selber nicht genau sagen, was. Das ist ja das Charakteristische solcher Jugendbewegungen, dass es sich selber laut behauptende, gemeinschaftsbildende Energien sind, die sich in keinem gegenständlichen oder durchdachten Programm ausdrücken. Wir sind da, wir sind besser als die Alten, wir wollen zusammenbleiben. Darauf läuft es hinaus. Und das ist ja das Charakteristische der Politik, dass sie so große, ungenaue Hoffnungen und Forderungen auf die Dauer nie befriedigen kann. Metternich wusste das und gefiel sich in seiner kühlen Weisheit. Die Alten, die an der Macht waren, hatten die französische Revolution erlebt und nichts im Sinn, als wie sie ihrer Wiederholung vorbeugen könnten. Die Jungen hatten nur den Befreiungskrieg erlebt und ihn schön gefunden. Die Studentenvereinigung der Burschenschaften, die sich von jener aus über Nord- und Mitteldeutschland verbreitete, war christlich und national, für ein gemeinsames, großes deutsches Vaterland, gegen ausländische, besonders französische Einflüsse, gegen das Judentum, das in der jüngsten Zeit sich literarisch bemerkbar gemacht hatte und dessen bürgerliche Gleichberechtigung sich vorbereitete. Die Studenten waren nicht liberal in dem Sinne des Wortes, der etwas später in den 20er Jahren aufkam. An Verfassungen des süddeutschen Typus lag ihnen nichts. Im Gegenteil, sie hatten das Gefühl, dass solche Volksrepräsentationen aus England und Frankreich eingeführte Kunstprodukte seien, worin sie ja wohl nicht ganz Unrecht hatten. Sie waren aber auch nicht für die absolute Monarchie. Unter den Büchern, die während des großen Studententreffens auf der Wartburg 1817 feierlich verbrannt wurden, sah man die Werke absolutistischer Staatsphilosophen so gut wie das liberale Gesetzeswerk, den Code Napoleon. Eine solche Doppelgegnerschaft zeigt an, wie schwer die politischen Willensmeinungen der Burschenschaften den damals obwaltenden Begriffen und Gegensätzen unterzuordnen waren. Ihr Ideal lag in der Vergangenheit. Die Kleidung, die sie sich wählten, die Bärte und freiwallenden Haare hielten sie für Altdeutsch, ihre Farben Schwarz, Rot und Gold für die Farben des Alten Reiches. Ihr Hass galt den Franzosen, die sich der Welt als Nation des Fortschrittes hatten aufdrängen wollen, auch der deutschen vorrevolutionären Vergangenheit, dem Rokoko, dem Zopf, den Zieruniformen, aber nicht, weil sie die Vergangenheit, sondern eben wieder, weil sie eine pervertierte, französisch verkünstelte Epoche symbolisierten. Von Jahren kam ihnen das Turnen, die Kraftmeierei, auch ein entschiedener Sinn für Gleichheit, ein Protest gegen erbliche Standesunterschiede. Jan und seine Schüler innerhalb der Burschenschaften trieben den Franzosenhass ins närrisch-widerliche. Wer seine Tochter Französisch lernen lässt, tut nichts Besseres, als wer sie Hurerei lehrt. Von anderen Altburschen, Arndt, Luden, Fries konnten die Studenten Besseres lernen, Lebensernst, Schicklichkeit, Glauben an Gott und Glauben an den Menschen, wie denn das Ganze eine unauflösbare Mischung von edlem und törichtem, von gesundem und fratzenhaft übertriebenem gewesen sein muss. Keine politisch-moralische Bewegung entspricht in ihrer Wirklichkeit den sauberen Unterscheidungen der Lehrbücher. Jede ist ein Amalgam, vieldeutig, widerspruchsvoll, sich selber die unliebsamsten Überraschungen bereitend. Diese erste deutsche Jugendbewegung aber übertraf an verwirrender Unvergleichlichkeit alles, was seit Rousseau in der europäischen Politik erschienen war. Sie ließ sich, besonders mit Begriffen der französischen oder englischen, selbst der südeuropäischen Politik unmöglich identifizieren und wollte es nicht. Görres, der ihr nahe, aber gleichzeitig hoch über ihr stand, suchte ihr Treiben dem französischen Publikum mit den folgenden Worten begreiflich zu machen. In Deutschland ist es nicht der dritte Stand, der die Revolution gemacht hat. Die Regierungen haben sie unter dem Schutz einer fremden Macht, Napoleons, gemacht. Bei uns bedienen sich die Anhänger des Despotismus jakobinischer Formen und Praktiken, während umgekehrt die Freiheitsfreunde teilweise die Grundsätze der französischen Reaktionäre verteidigen. Das ist die Verwirrung, die den ausländischen Beobachter zunächst vor ein dunkles Rätsel stellt. Schwierige, wichtige Sätze. Mit den klaren Begriffen, an denen der politische Geist Frankreichs sich ausrichtete, reaktionär, konservativ, fortschrittlich, revolutionär, rechts, links, konnte man die deutschen Dinge nicht verstehen. Harmlos waren doch im Grunde diese Knaben, harmlos, gut und allenfalls geschmacklos, man hätte sie unbehelligt lassen können. Nun geschah es aber, dass einer von ihnen, ein Bursche von krankhafter Natur, den Dolch, der ihnen allen am Gürtel hing, gar zu ernst nahm. Er gehörte einem engeren Kreis an, der sich der Bund der Unbedingten nannte und unter dem Einfluss eines dämonischen Privatdozenten stand. Er beging einen politischen Mord, warf sich auf einen Lustspieldichter, der aus Berichten an den russischen Zaren ein Taschengeld gewann und brachte ihn um. Oh Zeiten, in denen eine solche blutige Albernheit Geschichte machen konnte, in denen sie die Herzen der Bürger begeisterte, empörte, tief bewegte, aus dem Mörder Karl Ludwig Sand, der enthauptet wurde, machten die Leute einen Blutzeugen der nationalen Sache, einen verirrten Heiligen. Aus dem Morde machte der Fürst von Metternich ein Ereignis, beinahe so bedrohlich wie der Bastillensturm und das nun nach den allerenergischsten Maßnahmen rief, wenn Deutschland vor dem Chaos errettet werden sollte. Diese Generation von Regenten lauerte immer auf Gefahren, war immer in der Verteidigung. Sie dachte, dass die französische Revolution hätte verhindert werden können, wenn nur der Hof bei Zeiten zugeschlagen hätte und wollte es besser machen. Es begann eine unerfreuliche Epoche politischer Verfolgungen. Man nennt die Richtlinien, nach denen sie ins Werk gesetzt wurden, die Karlsbader Beschlüsse, weil in vertrauten Ministerbesprechungen in Karlsbad Metternich das Programm durchsetzte, welches der Bundestag insgesamt gut hieß. Es gab eine Kommission zur Untersuchung staatsgefährlicher Umtriebe, deren Befunde von den einzelnen Staaten nach ihrem Gutdünken zu verwerten waren. Die Auflösung der Burschenschaften und politische Überwachung der Hochschulen, eine Vorzensur oder Kontrolle aller Druckschriften unter 20 Bogen, das war es im Wesentlichen. Und wieder ist man versucht, zu urteilen. harmlose, glückliche Zeiten, in denen dergleichen als finsterer Despotismus gelten konnte. Aber jede Zeit will mit ihrem eigenen Maßstab gemessen sein. Das frühe 19. Jahrhundert wollte überall in Europa und Amerika auf bürgerliche Freiheit hinaus, was freie Diskussion der Angelegenheiten des Staates mit einschloss. Wer diesen Willen zu ersticken versuchte, sündigte gegen den Geist der Zeit. Desto schlimmer, wenn es ihm gelang, er beging dann, wie es in der Sprache der Justiz heißt, ein Verbrechen gegen das keimende Leben. Dem Fürsten Metternich gelang es nur halb. Er war zu kultiviert, im Grunde seines Herzens selber zu liberal, als dass er auf der Schärfe der Beschlüsse mit ganzem Ernst hätte bestehen können. Zudem hatte er ja keine positive Lehre zu bieten, den Leuten keinen Glauben aufzudrängen. Was er bot und verlangte, war nur Mäßigung. Für Mäßigung lässt sich aber schwer mit unmäßigen Mitteln streiten. Um das zu erreichen, was man in unseren Tagen totalitäre Macht nennt, muss man selber fanatischen Willen und Glauben haben, was dem Fürsten und seinen Freunden fehlte. Auch kam die deutsche Vielstaatlichkeit der Freiheit zu Hilfe. Einzelne deutsche Staaten, zumal die Süddeutschen, fanden, dass die Karlsbader und Wiener Beschlüsse ihrer Souveränität zuwiderliefen und ließen etwelche von ihnen unausgeführt. Verfolgungen gab es trotzdem, den Ruin unschuldiger Menschen. Geistiges Leben wurde beengt, eingeschüchtert, aus dem Lande getrieben. Das war dumm um 1820. Schlimmer wurde es in den Dreißigerjahren. Damals hatte der Glaube der Regierungen, man könne durch Gesetze und polizeiliche Verfolgung starke geistige Tendenzen der Zeit ausstampfen, manches Leid verursacht, manch gutes Leben aus seiner Bahn geworfen. Dass der Deutsche Bund nichts anderes zuwege brachte, als die Karlsbader Beschlüsse, kam, so früh schon, einem Bankrott gleich. Er nahm sich recht unbedeutend aus auf dem Papier, aber, er fand seine Wirklichkeit nur in gehässiger, biedermeierlich verklausulierter Verneinung. Keine Öffentlichkeit, die Polizei allmächtig und allwissend, die Universitäten als Schulen zur Ausbildung von Staatsdienern geplant, die katholische Kirche dem Staat unterworfen. Keine konstitutionelle Beschränkung der monarchischen Macht. Hier tat man oder versuchte man zu tun, als sei die französische Revolution nicht gewesen. An der Spitze der Pyramide der Kaiser Franz I., ein hart arbeitender Ehrenmann, so wie er sich selber sah, und nicht ohne geduldige Staatsschlauheit, aber kalt, geistlos, hartherzig und das Wohl der Untertanen mit der Größe seines Hauses bedenkenlos identifizierend, nicht von einem Hauch der modernen Ideen berührt. Ich brauche keine Gelehrten, sondern gehorsame Untertanen, redete er die Professoren der Grazer Hochschule an. Wer nicht mit mir übereinstimmt, der mag sich einen anderen Brothern suchen. Dann die zahlreiche Familie des Kaisers mit ihren Sinekuren, Vizekönigtümern, italienischen Thronen, der hohe Adel, international oder interösterreichisch, nämlich deutsch, tschechisch, ungarisch, italienisch, belgisch, spanisch, doch immer und vor allem österreichisch. Reich, lebenslustig, urban. Die hohe Bürokratie, der Klerus, die provinziellen Honorationen, dann das Volk. Die Musik blühte, Oper, Ballett, Zauberstück. Demnächst, aber das war schon ein Zeichen beginnender Unruhe, das Lustspiel. Dies Österreich war ein herrlich, schönes, weites Land und obwohl der Staat beständig mit Geldschwierigkeiten kämpfte, war das Land nicht arm, aber es war kein aktives Gemeinwesen, kein Staat in dem Sinn, den das Wort in den letzten 50 Jahren angenommen hatte. Es hatte kaum Anteil am geistigen Leben Westeuropas. Börne, der Frankfurter Literat, nannte es das China-Europas, womit er auf seine Abgetrenntheit, Bewegungslosigkeit, Geschichtslosigkeit anspielte. Konnte es immer so gehen? Konnte man so im 19. Jahrhundert europäische Völker regieren und mit diesem Österreich den Deutschen Bund? Ein Franzose schrieb in den 30er Jahren, das 19. Jahrhundert wird für die österreichische Monarchie tödlich sein. Ebenso wenig kann man genau sagen, wann vereinzelten Voraussehern, Wollenden oder Fürchtenden zuerst der Gedanke kam, Preußen könnte am Ende der Einiger Deutschlands werden. Im 18. Jahrhundert wäre es eine lächerliche Vorstellung gewesen. Da war Preußen der Störenfried, der Sprenger der Reichseinheit. So in der späten Zeit der Revolution. Damals, wie wir sahen, ging Preußen selbstische Wege, während Österreich nicht aufhörte, sich zu schlagen, für sich selber und für das Reich. Wieder müsste man im eigentlichen Bund unterscheiden zwischen den drei süddeutschen Staaten, die seit 1818-1919 sich rühmen konnten, Verfassungsstaaten zu sein, Mitteldeutschland und Sachsen, Hannover, den norddeutschen Kleinstaaten. Tief waren die Unterschiede innerhalb jeder Gruppe. Zwischen dem modern aufstrebenden, Kontakt mit England suchenden Hamburg und dem mittelalterlich ständischen, erzkonservativen Mecklenburg, zwischen dem über den Rhein nach Frankreich schauenden, politisch lebendigen Baden und dem scheinkonstitutionellen, kulturgastlichen, aber von Fragen der Macht nur wenig bewegten Bayern. Noch immer war Deutschland ohne Zentrum, noch immer bot es ein Bild bunten, vielgestalten Lebens. Wann Österreich aufhörte als einfach deutsch zu gelten, dafür lässt ein bestimmtes Jahr sich nicht angeben. Die Gattin des Ministers Humboldt schrieb schon 1815, Österreich ist so verschiedenartig und heterogen in seinen Kräften gemischt, in den Nationalitäten, aus denen es besteht, dass ich alles wetten möchte, dass es noch in diesem Jahrhundert aufhören wird, eine deutsche Macht zu sein. Die nationelle Deutschheit ist offenbar noch im Wachsen und damit hält Österreich nicht Schritt. Den Geist der Zeiten anzuhalten, dazu ist offenbar keine Macht stark genug. 30 Jahre später unterschied Österreichs edelster Dichter Franz Grölparzer schärfstens zwischen Deutschland und Österreich. Er habe, bekannte er stolz, nie im Auslande veröffentlicht, nie in deutschen Journalen geschrieben, womit er seine Heimat als ein in sich geschlossenes Ganzes dem übrigen Deutschland gegenübertreten ließ. Nicht alle waren so habsburgisch gesinnt, so fremd der Forderung des Nationalstaates wie Grillparzer. Nicht allen gelang die Trennung von Deutschland so leicht und selbstverständlich. Metternich selber hielt die Monarchie für ein vorwiegend deutsches Staatswesen, ohne großen Wert darauf zu legen. Deutsch die Hauptstadt, Deutsch die Dynastie, deutsch sprechend auch die Armee, die hohe Bürokratie. Gleichzeitig förderte er die kulturellen Bestrebungen der Tschechen und Kroaten, die Pflege ihrer Sprachen. Ein Eigenleben der alten Provinzen des Reiches hätte er des Gleichgewichts halber gern gesehen. Ungarn ging für sich, ein Reich für sich, Eigentum einer einheimischen Aristokratie, den Deutschen, den europäischen Dingen fern. Hohe Mauern trennten das danubische Kaiserreich von dem übrigen Deutschland. Zollmauern, eine Zensur von Büchern und Zeitschriften, die wenig durchließ. Keine politische Publizistik hier, außer jener, welche die Regierung veranlasste und die von kultivierten Fremden mit Talent ausgeübt wurde. Kein aufgeregtes geistiges Leben. Man möchte sagen, Deutschland war ein Stück Kongress Europa, mit dem Unterschied, dass hier das metternichsche System ungleich länger dauerte. Das österreich-englische Einvernehmen bestand schon seit den frühen 1820er Jahren nicht mehr. Das österreichisch-russische scheiterte an dem Konflikt um die griechische Unabhängigkeit, um nur gelegentlich wieder aufzuleben. Preußen und Österreich fanden unter sich mehr Verbindendes als Trennendes bis in die 40er Jahre und darüber hinaus. Der Rahmen ihrer gemeinsamen Existenz war der Deutsche Bund, der bis 1866 existierte. Er war ein Kongress Europa im Kleineren, von derselben Macht Österreich geführt, vom gleichen Geist regiert und leider ebenso unfruchtbar. Auch er, insofern er überhaupt etwas tat, tat es im Negativen, in der Verteidigung. Gegen die neuen Ideen wurden hoffnungsarme Feldzüge unternommen. Die Gegenstände, die der Zeit am Herzen lagen, wurden nicht angepackt, nicht von Bundeswegen. Die Bestimmungen der Bundesakte, welche gesamtdeutsche Schöpfungen auf dem Gebiete des Rechts, der Wirtschaft, des Verteidigungswesens immerhin ermöglicht hätten, blieben unbenutzt. So entsprach es dem Geist der Metternich-Ära, sowohl auch der Bundesverfassung, deren Stimmsystem es auf eine Lähmung der Beschlussfähigkeit abgesehen zu haben schien. Die Frage, was ein Bund souveräner Staaten allenfalls zu leisten vermag, hat bis heute keine positive Antwort erhalten. Leistet er Großes, so werden seine Mitglieder bald in der Wirklichkeit aufhören, souverän zu sein, wie es bei den amerikanischen Staaten der Fall war. Die deutschen Staaten blieben auf ihre Souveränität emsig bedacht. Der Bund, den sie bildeten, erwies sich geeignet allenfalls als Wächter, als Verhinderer, nicht als Beweger. Das hieß, er erwies sich als geschichtlich ungeeignet. Denn Bewegung, das ist Geschichte wohl. Was die Bewegung nicht übernehmen kann, was auseinanderfällt, wenn Bewegung stattfindet, lebt nicht. Wenn man trotzdem später mit einer gewissen Wehmut auf die Zeiten des Deutschen Bundes zurückblickte, so darum, weil es vergleichsweise harmlose, sturmfreie Zeiten waren. Beinahe 50 Jahre lang hat Deutschland damals keine ernsthaften Kriege geführt. Ein seltener Segen. Der Geist der Zeit war unkriegerisch. Und nur der Geist der Zeit produzierte die Gegensätze, die dann angeblich den Krieg unvermeidlich machen. Wie im Ernstfall die aus Staatenkontingenten bestehende Bundesarmee sich bewährt haben würde, darüber wäre es müßig zu spekulieren. Das alte Reich war plötzlich in drei Gebiete zerfallen. Österreich, Preußen und das eigentliche Reich. Vom Bund galt unvermeidlich dasselbe und trotz aller Niederlagen eine erstaunliche Widerstandskraft bewies. Während der Reformjahre schien dann zum ersten Mal ein über die bloße Teilmacht hinausgehender nationaler und humaner Geist in Preußen die Oberhand zu gewinnen. Dass man in Preußen Deutscher sei als in Österreich fiel auch dem Freiherrn vom Stein nicht ein. Der hoffte noch, die beiden würden sich in die Führung des Gesamtvaterlandes teilen. Nationaler, besser und zukünftiger als in Österreich düngte man sich zum ersten Mal während des Befreiungskrieges im preußischen Hauptquartier. Auf dem Wiener Kongress warnten erfahrene Diplomaten vor Preußen. Tailleron, auch Gens, es sei im Begriff ein Bündnis mit den Nationalisten oder Teutomanen zu schließen und habe den Ehrgeiz, sich ganz Deutschland zu unterwerfen. Hiergegen sahen die neuen Landverteilungen nichts vor. Sie zogen Preußen tief nach Westen und Süden, gaben ihm den Rhein, den Fluß, mit dem es nun einen wunderlich heidnischen Kult zu treiben anfing. Dann wurde es ruhig. Die Reformer verschwanden, der alte preußische Adel drang wieder vor im Staat. Eng war das Einvernehmen zwischen Metternich und dem preußischen König. Trotzdem war, selbst während dieser Friedensjahre, die preußische Zollpolitik bewusst auf eine wirtschaftliche Beherrschung Deutschlands ausgerichtet. Dass Preußens Probleme lösbar seien, Österreichs eigentlich nicht, dass er der straffer und besser regierte, der modernere, aktivere Staat sei, ein Klein-Deutschland, Österreich aber nur ein Klein-Europa. So viel sahen nachdenkliche Leute in den 20er Jahren und daraus ergab sich beinahe alles. Seit 1830 mehrten sich die Prophezeiungen, Preußen werde Österreich aus dem deutschen Verband hinaus drängen und die Nation einigen, sei es mit gütlichen Mitteln, sei es mit Gewalt. Das war nicht das bewusste Ziel der preußischen Staatsführung. Man wird aber auch nicht sagen können, dass die späteren Ereignisse und Taten überraschende, widernatürliche Improvisationen gewesen seien. Die Möglichkeiten verdichteten sich langsam. Man rätselte über die Gestalten, die am äußersten Horizont allmählich sichtbar wurden, vermutete dies und das und manchmal auch das Richtige. In Österreich war die Problematik des modernen Staates von Amts wegen unbekannt. In Preußen wurde sie nicht bestritten, hier wehte ein kräftigerer Wind, hier, vor allem in den neu erworbenen westlichen Provinzen gab es unruhige Geister. Mehrfach, fünfmal wie man bitter errechnete, hatte der Monarch versprochen, seine Regierung auf das Mitspracherecht einer Volksrepräsentation zu gründen. Das Versprechen wurde weder gehalten noch zurückgezogen, wodurch ein Gefühl des Provisorischen entstand. Ständische Vertretungen gab es in den Provinzen, aber unkräftiger Art, überwiegend aristokratisch, geeignet um politische Forderungen wach zu halten, nicht um sie zu erfüllen. Die Berliner Hochschule stand als Springquell und Zentrum geistiger Anregungen hoch über der Wiener. Und wenn auch der große Philosophie- Professor Hegel sein Fach jetzt ganz auf den Staat, so wie er war, stellte und gehorsam lehrte, so waren Bewegung und Unruhe doch seinem ungeheuren Denkanspruch inhärent. Daneben gab es die Universitäten von Königsberg, Breslau und demnächst Bonn. Akademische Lehrer, hochfliegend schroffen Geistes wie Ernst Moritz Arndt, gewaltige Publizisten wie Josef Görres. König Friedrich Wilhelm III., eine norddeutsche Spielart des Habsburgers, hielt es ganz mit Metternich und mit seinem Schwiegersohn, dem Hort der Reaktion, dem Despoten aller Despoten, Großfürst, dann Zar Nikolaus von Russland. Hier aber, in Preußen so zu tun, als sei die französische Revolution nicht gewesen, hier Geschichts- und Bewegungslosigkeit zu spielen, war schwieriger als in Österreich. Folglich wurde die Unterdrückung gehässiger, sowohl wie vergeblicher. Im Deutschen Bunde machten die beiden großmächtige gemeinsame Sache, unabdingbare Voraussetzungen für seinen Erfolg und für seine wahre Existenz. Sie fanden sich in der Verneinung. Der Kampf galt dem Liberalismus des süddeutschen Verfassungslebens, neu, künstlich und harmlos, wie es war. Er galt, ernsthafter, dem allgemeinen Geist der Unruhe, der Neuerungssucht, den Demagogen. Das ist das eigentliche politische Thema der Jahre um 1820. Und man muss gestehen, dass es eine tatenarme Epoche war, in welcher die Staatsmänner sich die Verfolgung romantischer Studenten, braver, wenn auch nicht sehr denkscharfer Jungen, zur vornehmsten Aufgabe erwählten. Was Metternich und seine Bundesgenossen den Deutschen boten, war Ruhe und Ordnung. Das altgewohnte, gewöhnliche, geschichtslose. Es war so lange donnernde Geschichte gewesen, jetzt sollte eine Zeit keine sein, und der Einzelne nichts anderes mit den Gesetzen zu tun haben, als ihnen zu gehorchen. Der wirtschaftliche Existenzkampf sollte seine Sache sein. Das übrige werde ein Kongress von Diplomaten in Frankfurt, würden Fürsten und Minister, Hofräte und Polizeipräsidenten in aller Diskretion besorgen. Den jungen Leuten, die aus dem Krieg heimkamen, gefiel das nicht. Begeistert durch das gemeinsame Erlebnis, durch Texte und Lieder der Freiheitsdichter, schönen darunter, hatten sie es anders erwartet. Sie konnten wohl selber nicht genau sagen, was. Das ist ja das Charakteristische solcher Jugendbewegungen, dass es sich selber laut behauptende, gemeinschaftsbildende Energie ist.